hier sieht er denn sein sagt und dass jetzt den Sanzer tube mit einem neuen Video diesmal zöglich wie die Kasspunkt Eio Heichrad einfach so zufällig gefunden und so und ich denke die Zeit einfach mal das ist jetzt mal bisschen die Zocke ein bisschen ausprobieren und so interessant okay mies aber egal haha nice okay das ist also schon mal besser als das was ich vorhin gespielt habe vorhin habe ich ja das survive.io gezockt und naja mir selbst hat es nicht besonders gefallen das hier ist schon viel cooler finde ich aber immer ein bisschen scheißen ich muss ich überhaupt gibt es überhaupt ein ziel Ich weiß es nicht Oh, nice Okay Okay Das ist nicht so ein Affenmongospiel Wie das von gerade eben Wie das von gerade eben Okay Okay Okay, da kann man nicht durchfahren Oh Mir ist das gerade aufgefallen, was für ein scheiß Name ich mal gegeben habe Danz218 da Gut fahren kann ich auch nicht Scheiß drauf Ich weiß es ja gar nicht, wie lange ich machen Was ich auch mal demnächst eigentlich machen muss, ist vielleicht mal wieder so ein Livestream Wenn es klappt Ich mache jetzt dann noch diese Runde und dann, ja Das Wasser wieder mit diesem Video, bis zum nächsten Mal Falls euch diese Video gefallen hat, lasst ein Like da Wenn euch meine anderen Videos gefallen hat, abonniert diesen Kanal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal